Sie haben doch nicht etwa getrunken, Madam? Nein! Jedenfalls nicht genug, um weiße Mäuse oder Leiche hinzusehen. Ach, das klingt nach meinem Chef. Guten Abend, Sir. Kann auch nur mir passieren. Also dann sagen Sie einmal. Sie meinen, wo die Leiche ist, Sir? Ja, sicher. Wir haben sie noch nicht gefunden, Sir. Was wollen Sie damit sagen? Sie ist verschwunden, Sir. Sie ist was? Weg, Sir. Das Einzige, was wir haben, ist die Dame, die uns angerufen hat. Mrs. Piper. Harry Paxter! Ja, ich fress einen Besen, wenn er es nicht ist. Miss Inspektor, Weg, Sir. Ja, sicher, sicher. Wir waren Nachbarn und Jährigen. Er hat meine Cousine geheiratet. Und sagt bloß, du kennst mich nicht. Lillipiper. Früher Lillihaper. Ja, wir kommen später noch darauf zurück. Also, Gott, was ist? Ich warte auf Ihren Rapport. Sir? Also, hier drinnen lag eine Leiche. Und als ich Sie diesem jungen Mann zeigen wollte, war sie weg. Keine Spur einer Leiche, Sir. Sie wissen, dass es eine schwere Verfehlung ist, die Polizei kundlos zu rufen. Ich hatte doch gesagt, er lag auf diesem Sessel. Moment, Moment, Moment. Sie sagten doch am Telefon, er war im Büro von Mr. Logan. Ja, war er ja auch zuerst. Aber dann war er hier.